Aber ich freue mich voll, dass wir wieder am Start sind jetzt. Ich weiß zwar nicht mehr, wie die Steuerung ging und die Rätsel und so, aber hey. In 20 Minuten finden wir wieder aus, dass wir zoomen konnten. Irgendwie meine Mikro-Lautstärke, die springt im Moment noch ein bisschen, aber ich hoffe, es klingt nicht schlecht. Ah, das ist ja rot. Ja, ich war zu lange in der Sonne heute. Jolle macht Sonnenbrand. Okay, Arr. Oh, die Outfits sehen aber nett aus. Ja, finde ich auch gerade. Das sieht schick aus. Cool gemacht, ja. Nicht draufdrücken, das ist der Hinweisbutton. Der Hinweisbutton, das wollen wir nicht. Nicht auf den Hinweisbutton drücken, niemals. Ich kann den Krebs nicht mitnehmen. Das erinnert mich schon so ein bisschen an dieses Drei-Palmen-Insel, an den Raum, der war so ähnlich. Hier stehen Blech. Geh zu lösen, ich schwimme einfach zur nächsten Insel. Mach's. Wie weit kommt man denn eigentlich? Wie weit kommt man denn eigentlich? Oh, man kann sogar tauchen. Ei, ei, ei. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oh, hier ist Ende. Moment, tauchen? Echt jetzt? Okay, Moment, Moment, Moment. Du kannst tauchen. Ich muss mal ganz kurz. Ich habe ein kleines Problem scheinbar gerade. Der Inkili schreibt nämlich, er hört mich nicht. Er hört nur euch. Okay. Ich meine, das ist auch okay, aber... Okay, Inkili, es wurde gehört, Salih fix schon. Ja, jetzt solltest du mich auch hören. Der Stein hat ein Tattoo. Das ist natürlich... Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Bei allen Dingen, auf die ich eben geachtet habe, habe ich nicht drauf geachtet, meine Mute-Taste zu synchronisieren. Also, dass ich im OBS und im Discord mit dem gleichen Stand anfange. Ich habe jetzt eben einmal die Taste gedrückt und habe mich bei der einen Seite ein- und bei der anderen Seite ausgeschaltet. Ja, das war natürlich Profi. Dinge passieren. Genau, also ich hatte schon gesprochen, aber es war auch bisher nicht so wichtig. Ist auf jeden Fall super, dass du Ossl und Jollum gehört hast. Das ist schon mal viel wert. Hier ist eine Kiste, die kann ich ziehen. Oh, die kann ich sogar hochheben. Kann ich damit die Büchsen jetzt runterschmeißen? Nein, nein, nein. Ich versuche das mit dem Stein hier, aber der wirft ja mal bis davor. Wie war das Ossl nur auf, alles kaputt zu machen? Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir damit ein Rätsel lösen können. Der Stein ist zu schwach. Das muss man wirklich die Kiste nehmen. Wir wissen ja eigentlich auch noch gar nicht so wirklich, was wir machen sollen. Nee, wirklich. Ich nehme an, wir müssen entkommen oder so. Ich habe mich auch noch gar nicht umgeschaut. Da fange ich jetzt mit an. Es gibt übrigens auch Token wieder in diesem Raum. Schwimmen funktioniert nicht. Die können doch hier überall stecken. Schau aufmerksam hinab und such das Zeichen, das den Schatz bewacht. Ich habe einen Kompass gefunden, aber wir müssen scheinbar einen Schatz finden. Naja, dann nehmen wir doch schon mal hier die Spaten mit. Zack. Also ich soll von hier oben aus ein X sehen können. Ah, da drüben auf dem Stein ist ein Jolly Roger. Ich habe eine halbe Karte. Aber ob das Jolly Roger, ob das das der Hinweis sein soll? Ich weiß, wo das X ist. Was? Hast du es gerade gefunden? Ja, wir müssen vom Schiff einfach nur geradeaus gehen und dann ist das da schon. Aha, okay. Ich habe einen Kompass, der Schritte zählt und eine Richtung anzeigt. Oh, das hat man doch schon mal. Ja, man muss nur hier nachgehen. Laut Karte. Wahrscheinlich müssen wir einen Hinweis finden, wie weit und wohin. Easy peasy. Ah, hier ist die Kiste. Ja, haben wir es gelöst, ne? Nächster Raum. Mensch, das war einfach. Ich habe eine Metallkachel gefunden. Oh, hier ist ein Wasserfall. Ein Wasserfall? Da fehlt irgendwas. Ja, auf der Rückseite, wo Jollum ist, mit seiner Schatzkiste. Hier müssen wir einen Code eingeben. Einer roten Frucht. Drei Zahlen. Moment, hingen das nochmal? Ah, genau, so kann man es. Ich habe hier mal die Kachel hingelegt. Die hing da irgendwie an so einem Seil im Wasser. Also vielleicht gibt es da noch mehrere Stücke dann. Ich könnte aus dem Tagebuch vorlesen. Ja, mach mal. Am Mittwoch, 14. Juni. Ich habe auf dieser abgelegenen Insel etwas Außergewöhnliches entdeckt. Eine besondere Blumenart, die ich Altus rubrum getauft habe. Sie verfügt uber eine faszinierende Eigenschaft. Die Fähigkeit, die Anzahl ihrer Blütenblätter an geringe Höhenunterschiede anzupassen. Bisher konnte ich drei verschiedene Unterarten entdecken. Jede Unterart weist eine andere Anzahl von Blütenblättern auf. Die Anpassungsfähigkeit der Altus rubrum ist wahrlich ein Beweis für die Komplexität der Natur. Ah, hier ist eine Meerjungfrau auf dem Stein. Okay, dann ist wohl scheinbar diese Kiste hier, dann sind das Blütenblätter, die da abgebildet sind. Und die drei Höhen ist das wahrscheinlich. Also die höchste, die Anzahl der Blütenblätter in der höchsten Höhe. Da hinten schwimmt ein Hai. Und der hat, glaube ich, ein Symbol auf der Finne. Haihai. Kann das sein? Ja. Nee, das ist ein Token. Das war ein Token. Der Hai hat einen Token? Ja. Jemand Kokosnuss? Oh. Möchtest du eine Kokosnuss? Lecker. Okay, wo haben wir denn die... Achso, die Blumen waren, glaube ich, auf der anderen Seite, habe ich eben gesehen. Und das habe ich da welche gesehen. Nee, das war nicht laufen. Eben wollte ich sagen, hier steht ein Code, aber das ist der Timer. Wir haben drei, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die da oben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, sechs, drei. Keine Ahnung. Wow, also die Schritte sind ziemlich basslastig hier, ne? Ich will überhaupt gar keine Schritte. Nee, das war nicht richtig. Das da oben, acht. Das sind acht. Oh. Eine neue Kiste. Du hast jetzt Blüten gepflückt oder so, oder wie? Ich habe sie gezählt. Hier auf der Seite mit dem Wasserfall wachsen die Blumen in drei verschiedenen Höhen und die haben unterschiedlich viele Blütenblätter. Und das war der Code für die Kiste. So, und hier haben wir jetzt eine Kiste. Achso, ja, ich weiß schon. Könnt ihr mal schauen, hier sind, oder ich schaue auch selber mit, hier sind ja Steine im Wasser. Wer hat den Kompass? Hat den jemand? Nee, ich habe den Kompass. Also, er liegt hier. Ich hatte ihn nicht eingesteckt. Du hast gemeint, du wusstest, wo das X ist? Ja. Da. Das ist ja mehr oder weniger. Oben. Ich stehe über euch. Direkt bei dem Felsen quasi. Bei diesem Felsen? Das ist ja so Fels. Und dann kommt so großer Fels und dann kommen wieder zwei kleine Felsen. Und da ist das X. Ah. Okay. Heikisch gefunden. Der hat Zähne. So, das ist Süden scheinbar. Ich will den Spaten weglegen. Ach, okay. Wir haben ein Kartenstück gefunden. Ja, ich habe die andere Hälfte. Ah, und das heute zu dem Anker, der hier auf dem Felsen am Strand liegt. Da muss man hier bestimmt auch noch mal graben. Jawohl. Das geht mir gerade zu schnell und zu einfach. Ne, irgendwie. Ein Medaillon. Okay. Oh, das muss hier hoch. Und eine Notiz. Ich lese mal vor. Sechs Siegel unter dem Sand weisen den Weg in göttliche Gefilde. Schau durch einen weißen Kreis, bis du die ganze Insel siehst. Und unter deinen Füßen liegt das Erste. Um das Zweite zu finden, geh drei Schritte nach Nordosten und 14 Schritte in die Richtung, in der die Sonne untergeht. Mach 16 Schritte nordwärts und auf halbem Weg zum dunkelsten Felsen ist das dritte Siegel versteckt. Das sind so Sachen, die Salia, die will bestimmt wieder so ein Gürtel aus Items haben. Nein, 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 nein. Ich habe gerade die Schatulle geöffnet und einen silbernen Schlüssel. Ui. Ich würde einfach schon mal das Medaillon nach oben bringen. Da ist nämlich so eine Ausbuchtung gewesen. Und ich habe noch gar nicht alle Kacheln gefunden. Und ich war so frei und habe die Kartenhälften mal zu einer großen Karte zusammengefügt. Platsch, platsch, platsch. Wenn du ins Wasser rennst. Natürlich, welches Medaillon dann wohin gehört. Wie haben die das Seil unter den großen Felsen verlegt? Ähm, naja, vielleicht war ja auch erst das Seil da und dann der Fels. Die Insel drumherum gebaut. Hier lag ein Stein rum unter dem Geröll. Das kann passieren, da liegen viele Steine rum. Ah, okay. So, hier muss ja dann noch irgendwo eigentlich eine Kachel sein. Eigentlich zwei Stück noch. Das mit dem X hattet ihr schon hier, ne? Ja, das mit dem X, ja, da hat man ja... Wir haben jetzt zwei X, ich glaube, man soll einfach von da oben gucken und das dann noch besser erkennen. Hätte ja auch ganz gut funktioniert. Also da habt ihr schon, hier unter dieser Palme da oder so, habt ihr schon gegraben, ne? Ah, ein Token. Unter der Palme? Ich weiß nicht, unter welcher Palme? Ich weiß nicht, hier ist so, hier ist mit Strichen, genau da, wo du jetzt... gerade gestanden hast, Jollum. Hier kann ich graben. Ich habe eine Gummiente gefunden. Oh, ich habe hier einen Totenkopf gefunden. Aha. Wo soll ich noch graben? Ich dachte eigentlich, hier irgendwo sah so aus, aber es könnte auch sein, dass das gemeint war. Ich kann hier graben. Diese Gummiente hat unten ein Dings, wie nennen wir diese Mosaikteile doch mal? Die waren abfotografiert mit dem Handy. So ein Dingsbuch-Code. QR-Code? Ein QR-Code, genau. Okay. Ich habe sie mal hier auf dem Boden. Gummiente. Zähne. Wie war das, Teifischer-Zähne? Wir haben schwarze und weiße Zähne. If found, please return. Ach, und hier sind auch Zähne schwarz angemalt. Das ist ja schön. Ich meine, das dürfte ja eigentlich nicht zum Dings gehören, weil man ja eigentlich keine externen Dinge braucht. Da, bei dem Brett, wo du die Dosen abgeworfen hast, Jollum, da ist eine Form drin. Und die zeigt irgendwo hin. Das ist ja mysteriös. Äh, ja. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr von diesen Schädeln. Bin ja neugierig. Ich kann es natürlich nicht anschauen. Und man kann hier fast überall buddeln. Das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit jetzt. Hm. Ich kann leider die Seite mit dem QR-Code nicht aufrufen, weil er mir dann sagt, was meine Dropbox voll ist. Okay. Nein, das ist nicht klar. Und dann müsste ich Fotos löschen und das tue ich nicht. Okay, so. Hier sind Zähne schwarz. Ja. Und bei dem anderen kann man halt schwarze Zähne einstellen. Okay, soll ich dir das, soll ich dir das diktieren oder so? Aber das, also hier steht eine 4 drauf auf dem Schädel. Ja, und hier eine 6. Wir probieren das trotzdem mal. Okay. Äh, dann sind die ersten drei weiß. Ja. Einer schwarz. Ja. Einer weiß. Ja. Einer schwarz. Mhm. Die letzten zwei weiß in der Reihe. Mhm. Mhm. Untere Reihe zwei weiß. Mhm. Einer schwarz. Mhm. Zwei weiß. Ja. Einer schwarz. Und zwei weiß. Okay. Ja, wir brauchen wohl noch mehr Schädel. Okay. Mhm. Und eine Metallkarre fehlt mir noch. Da sieht man ja diese Palme. Vielleicht muss man ja hier nochmal buddeln. Bei der Palme. Äh, soll ich euch mal die Schaufel hinschmeißen? Oh. Ah. Ah. Ah, du hast auch eine. Hier ist eine Kiste. Hier ist nochmal ein Medaillon. Und eine Notiz. Die Kompassrose, den Weg, der weist, schräg gegenüber dem Schiff, das vor Anker schaukelt. Diese Rose blüht und in Nachbarschaft gleist ein Edelstein, der die Reichtum vorgaukelt. Ein Geheimnis bewahren die Schlüssel, noch sie stehen über dem ankernden Schiff. Der Diamant, der kostbar glänzt, jedoch prangt rechts mit wunderbarem Schliff. Das sind einfach welche Reihenfolge, die Medaillons dann müssen. Hat denn nicht eben jemand was gelesen von wegen Schau durch den weißen Kreis? Bist du die ganze Insel? Ja. Was war das? Hast du damit schon was gemacht? Ja. Du siehst Löcher mit Steinen. Ja, genau. Die Steine mit Löchern, so. Ja, ja, ja. Genau. Und wenn man da durchguckt, sieht man eine Stelle, wo man dann graben kann. Kann ich springen? Ach so. Weil ich, ach so. Ich dachte, man muss von dieser Seite hier durchgucken, bis man die ganze Insel sieht. Nee. Also ich hatte da durch einen durchgeguckt und hab dann die Palme gesehen und da haben wir dann das Medaillons versteckt. Okay. Aber an die guckt man ja nicht so gut ran, die da hinten. Ja, aber wie war denn, wie war der Text dafür? Der ist erst später wichtig. Wenn wir die vier Medaillons haben, in welcher Reihenfolge die dann kommen. Hm. Ach, man hat sogar wirklich eine Kletteranimation. Das ist ja cool. Ja, hab ich jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, Yonum ist gerade hochgeklettert. Ach so. Mir fehlt noch eine Metallkachel, obwohl ich eigentlich alle Seile schon abgelaufen bin, glaube ich. Tatsächlich. Also eine fehlt noch, dann geht ihr eine Kiste auf. Mhm. Aber man kann auch im Wasser graben. Geil. Auch nicht so funktioniert irgendwie. Sechs Siegel unter dem Sand. Ach so, wir haben noch nicht alle gefunden, ne? Göttlichen Gefälle. Schau durch einen weißen Kreis, bis du die ganze Insel siehst und unter deinen Füßen liegt das Erste. Wo ist die Schaufel? Ich hab eine. Und ich hab die andere. Ja, dann ist das doch hier drüben, wo ich gerade stand. Hier, schau durch einen weißen Kreis, bis du die ganze Insel siehst. Gehst du denn? Und unter deinen Füßen ist das Erste. Dann müsste ich hier eins der Siegel sein. Wo steht sie denn? Uh, vor dem Wasserfall. Die Maid des Wasserfalls. Nö. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Sicher. Erzählen wir doch nichts. Sand. Weißer Kreis, bis ich die ganze Insel sehe. Weiter hier vorne vielleicht ein bisschen. Hier, wo ich stehe. Ja. Dette. Da sind wieder schwarze Zähne. Das Erste. Um das Zweite zu finden. Geht drei Schritte nach Nordosten und 14 Schritte in die Richtung, in der die Sonne untergeht. Wer hat den Kompass? Ich nicht. Nie ohne Seife waschen. Ja. Hat jemand den Kompass? Nein. Nee. Kannst du den nicht? Ich habe ihn da hinten hingelegt. Ich wollte ja nicht alles bunkern. Da habe ich die Dinge da hingelegt. Okay. So, dann. Also, ich stehe auf dem ersten Siegel und soll dann, was war das? Drei. Kann ich das anheften? Ja. Anheften. Schritte zurücksetzen. Gehe drei Schritte nach Nordosten. Da ist Norden. Da ist Nordosten. Eins, zwei, drei. Okay. Und von hier aus? 14 Schritte in die Richtung, in die die Sonne untergeht. Weil ich mich jetzt gerade frage, ob ich von hier aus 14 Schritte in die Richtung gehen kann. Was denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, dreizehn, vierzehn. Also, müsste hier irgendwo in der Umgebung das andere Siegel sein? Ja. Aha. Tada. Mach 16 Schritte nordwärts. Moment, ich bleibe mal auf dem, ich stelle mich mal auf das Siegel. Gucke nach Norden, setze die Schritte zurück. Mach 16 Schritte nordwärts und auf halben Weg zum dunkelsten Felsen ist das dritte Siegel versteckt. Okay, also erst mal 16 Schritte nach Norden. So, dann stehe ich hier. Und auf halbem Wege zum dunkelsten Felsen. Das wäre dann da drüben, genau da irgendwo. Also, ich glaube, dieses Level soll ein bisschen trollen, weil drei Metallkacheln waren im Wasser am Seil und die vierte fehlt. Okay, aber hier ist der Rest von dem Zettel. Perfekt. So, kann ich das? Ja, das sind schwarze Zähne, da wird ein Stück danach gekauft. Die vier haben wir schon. Durch den dunklen Kreis, wo Meer und Himmel beides gleich groß scheinen und du wirst das vierte Siegel finden. Check. Haben wir schon. Wände. Achso, fehlt uns da eins oder haben wir alle? Ich glaube, wir haben gut Glück gekauft. Die fünf fehlt noch. Die fünf fehlt noch. Das war doch die vier. Nee, das ist die vier. Das ist die sechs und hier ist die vier. Die fünf fehlt noch. Genau, okay. Dann steht man jetzt bei der vier. Und dann wende dem dunklen Felsen den Rücken zu. Dann geh zwei Schritte nach links und zwei Schritte zurück. Ich weiß nicht, wie genau wir das hier nehmen mit den Schritten. Wie zurück. Weiß es nicht. Dann ist man doch wieder da, wo man, wenn man zwei Schritte nach links und zwei zurückgeht, dann ist man doch da, wo man losgelaufen ist. Dann ist man zwei zurück, um den Ort zu finden, wo das fünfte Siegel versteckt ist. Ah ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, schau an. Schau an. Mit deinen Füßen, jawohl. Ja, siehst du mal, habe ich gut gemacht, wa? Ich kann laufen. Du kannst laufen. Ich kann laufen. Ja. Gibt es noch, steht noch mehr was? Was dazu, was man jetzt mit den Zähnen machen soll? Das letzte Siegel verbirgt den Schatz. Ja. Geh so weit wie möglich nach Südwesten und mach dir die Hände schmutzig. Ja, das haben wir ja schon. Mehr habe ich hier nicht. Dann bräuchten wir mehr Zähne. Mehr Zähne? Mehr Zähne. Okay. Dafür bin ich nicht mehr zuständig. Ich habe mir extra viel rausnehmen lassen vor ewigen Jahren. Aus kosmetischen Gründen, genau. Ja, die lagen schräg, die Weisheitszähne, deswegen mussten sie weg. Oh, ich sehe gerade hier einen Token vorbei wandern auf der Schnecke da, auf dem Krebs. Auf sowas habe ich gewartet. Ihr könnt immer einer die schwarzen Zähne und die weißen Zähne einmal durchgeben. Vielleicht haben wir dann ja hier ein schönes... Von welchem jetzt? Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf. Ach so, war auf den... Überall waren wir. Ja, ja, ja. Okay, dann... Ich mache nochmal alles Weiß. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Dann bin ich mal gespannt. Am Ende sind alle schwarz. Okay. Die Eins. So, oberste Reihe. Erster Zahn schwarz. Check. Weiß. Ja. Schwarz. Ganz einfach so in dem Tempo einfach weitermachen. Ach so. Also schwarz, weiß, schwarz. Genau. Der Rest in der Reihe weiß. Ja. Untere Reihe, die ersten drei sind weiß. Vier und fünf schwarz. Und der Rest, die restlichen drei weiß. Wie beim Zahnarzt hier. Dann, ja. Das ist der Krokodok. Ja, der Krokodok. So, zweiter Schädel. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. Also nochmal. Weiß, schwarz, weiß. Weiß ist schwarz. Weiß, schwarz. Der Rest weiß. Ich färbe einfach nur mal die, die jetzt noch weiß sind, dann mal schwarz ein. Mal gucken, ob es das ist. Untere Reihe? Äh, 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 untere Reihe weiß, weiß, schwarz. Weiß, weiß, schwarz. Weiß, weiß. Mhm. Okay, ähm, dann das dritte. Und sag einfach nur mal, welche schwarz sind. Ja, drüben. Äh, der, oben in der Reihe ist der dritte schwarz und der fünfte. Okay, dann weiß ich nicht, wie sich das hier zusammensetzt. Okay. Ja, und untere Reihe? Ja, und unten sind untere Reihe die beiden in der Mitte. Also der vierte und fünfte. Mhm, okay. Beim vierten ist oben der vierte schwarz. Mhm. Und der sechste. Ja. Und unten der dritte und auch der sechste. Ja. Okay. Äh, und beim fünften ist oben der fünfte schwarz. Mhm. Und der siebte, also der vorletzte. Mhm. Und unten wieder die beiden in der Mitte. Okay. Ja, das ist so. So ist es schon mal nicht. Dann muss sich einer mal überlegen, wie man das zusammenfügen kann. Hast du, äh, was hast du versucht? Achso. Ich hab versucht, alle Zähne, die schwarz sind, äh, schwarz zu färben. Aber es gab da auch Doppelungen. Die hab ich, äh, schwarz gelassen. Ja. Achso, vielleicht muss man die dann mehrmals drücken oder so. Aber es macht ja keinen Sinn. Also quasi. Weiß oder schwarz. Okay, sonst sag du mir nochmal durch. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Beim ersten hätten wir schwarz den ersten. Mhm. Den dritten. Und in der unteren Reihe den vierten und fünften. Okay. Beim zweiten wären schwarz oben der zweite und vierte. Zwei und vier, ja. Und unten der dritte und sechste. Drei, sechs, ja. Bei der Nummer drei wäre es oben der dritte. Drei, ja. Und der fünfte. Ja. Und unten der fünfte und sechste. Äh, nee, der vierte und fünfte. Vierter und fünfter, ja. Bei der vier hätten wir oben den vierten. Vierter und sechsten. Sechs. Und unten den dritten und sechsten. Ja, ja. Und bei der fünf hätten wir schließlich den fünften und siebten. Fünf und sieben, ja. Und unten den vierten und fünften. Okay, das war's auch nicht. Tja. Dann muss Ossi das jetzt lösen. Ich weiß es wirklich nicht, weil es da irgendwie Doppelungen gibt. Ja, ja, genau. Und ich hab die dann wieder, also ich hab quasi immer die, die schwarz sind, gedrückt. Ja. Also auch wenn sie dann dadurch wieder weiß geworden sind. Mhm. Mhm. Aber, ja. Am Ende gibt's da einen Auslöser, auf den man draufklicken muss oder so. Ach so. Das hab ich nicht gemacht. Aber, nee, ich seh da keinen Auslöser. Nee. Hm. Haben wir dazu irgendeinen Hinweis gehabt zu den Plänen? Äh, höchstens dann noch auf dem endgültigen Dokument. Was er an ihr hat. Äh, bitte, was hab ich? Ob da noch was draufstand zu dem Rätsel. Oder nur wo die. Da vorne liegen, da liegt alles, äh, außer dem Schlüssel. Ich hab hier noch einen Schlüssel. Aber ansonsten liegt hier alles, äh, hier vorne in der Ecke. So, jetzt liegt der Schlüssel auch da. Die Dose werfe ich ins Wasser. Oh nein, Umweltverschmutzung. Und die Pfanne auch. Obwohl, damit könnte ich Spinnen erschlagen. Nee, das sagt nur, wo die Orte sind. Und ich fühl' mich so dermaßen gedreut, weil ich die letzte Kachel nicht find. Ja, die wird irgendwo hier. Die ist bestimmt hier drunter. In so einer Kiste oder so, ja. Ja, ja, bestimmt hier drunter, damit man... Aber das ist ja, ja, eben, das ist ja eine Klappe, die sich dann aufklappt. Irgendwann. Vielleicht ist da die letzte Klappe drunter. Aber keine Ahnung. Wir sehen wieder irgendwas, bestimmt. Nee, also hier haben wir schon alle Hinweise. Ich invertier das einfach mal gerade. Die Zähne sind der Schlüssel. Das war's auch nicht. Okay, oder wir müssen schauen, welche Zähne überall. Nee, es ist keine, der überall... Haben wir vielleicht ne, ne Bürste, die, äh, die die Zähne sauber machen kann? Wenn man einfach nur die, die, ähm, Zahnreihen hier mal einzeln nachmacht von jeder Platte. Oder das ist, oder das ist, ähm, das ist so ein, so ein, wie sieht das nächste in der Reihe aus, Ding. Also wie, wie bewegt sich, wie bewegt sich das Muster quasi? Ach so, oi, das könnte natürlich sein. Das sind so Dinge, die ich immer nicht durchschaue, aber die oberen beiden bewegen sich quasi einen Schritt weiter und die unteren gehen einen Schritt auseinander oder sowas. Die oberen gehen einen Schritt weiter, die unteren einen Schritt auseinander. Im nächsten Bild. Ja, und dann gehen die oberen noch einen Schritt weiter und die unteren wieder zusammen. Die oberen gehen einen Schritt weiter, die unteren wieder auseinander. Die oberen einen Schritt weiter, die unteren zusammen. Das heißt, der sechste müsste dann sein, der letzte... Moment. Warte, warte, warte. Alle mal auf weiß. So, der und der und die unteren waren im fünften zusammen, ne? Tada! Wow! Salia hat's mal wieder hingekriegt. Hey, und das letzte Medaillon, das fehlt. Juhu! Wo musste man das nochmal verwenden? Oben, bei der Leiter, ne? Ein verfluchter Kompass. Ein verfluchter Kompass. Genau, einmal oben. Ich hab ihn genommen. Okay, wohin soll... Achso, das Amulett nach oben. Und dann kann ich dir jetzt gerne nochmal vorlesen, Ossi. Ah, ja, okay. Ah, nein, der gewinnt nicht hier. Das. So, die Kompassrose den Weg dir weist, schräg gegenüber dem Schiff, das vor Anker schaukelt. Äh, lieg gegenüber dem Schiff, das vor Anker schaukelt. Was? Diese Rose blüht und in Nachbarschaft gleist ein Edelstein, der dir Reichtum vorgaukelt. Also, äh, Kompassrose neben dem Edelstein, Anker gegenüber der Kompassrose. Äh... Ein Geheimnis bewahren die Schlüssel noch. Sie stehen über dem Ankern den Schiff. Also, ein Schlüssel über Anker. Schlüssel über Anker. Und der Diamant rechts. Okay. Also, Diamant erst mal rechts da drüber. Diamant rechts unten dann. Rechts, ja. Die Rose ist in Nachbarschaft. Also, neben dem Edelstein. Neben dem Edelstein, jawohl. Und gegenüber von dem Kompass muss der Anker sein. Ah, ja, genau. Ja. Und wir haben ein Steuerrad gekriegt. Und das passt an den Wasserfall. Ah, das passt an den Wasserfall, genau. Jawohl. Wir sind so klug. Wir sind so klug. K-M-U-K. Wui. Das dreht sich. Ah, ich wollte jemand von euch drehen lassen. Da macht das automatisch. Oh. Und was ist das jetzt? Die goldene Scheibe hier? Oh. Es ist Animation. Ach nee, da geh ich nicht rein. Da geh ich nicht rein. Einen Schlüssel haben wir ja schon. Aber hier gibt's, äh... Bestelltexel Metallkasten. Gold. Three-Headed Monkey. Gold. Hier gibt's Monkey Island rum. Ich war grad wieder rausgeschmissen, so wie's aussieht. Was? Nein. Die Verbindung wird wieder hergestellt. Ach nein, das funktioniert doch nicht. Ich bin reich. Ich bin reich. Wie? Waa, waa, waa. Was nimmst du dir da alles? Ich hab 14 Münzen. Ein gemeinsamer Schatz. Aber ich hatte den Schlüssel irgendwo. Aber bist du jetzt wieder rausgeflogen? Ja. Dann müssen wir das nochmal machen. Und wir sind ja... Nein, 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 nein. Noch nicht... Ja, wir haben jetzt grad, äh... Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Also da kommt wahrscheinlich noch was. Wir haben ja noch ein paar Rätsel. Wir müssen ja den Schlüssel noch. Den letzten. Ja, wir brauchen einen goldenen Schlüssel noch. Ja, aber dann müssen wir den Raum leider wohl nochmal neu starten. Ja, ist doch vielleicht aber... Irgendwie schade, dass das... Wir können ja nicht einfach... ...herstellen nicht klappt, ne? Ja. Also da könnt ihr Entwickler noch was nachbessern. Ja. Ja, Kathuran schreibt auch gerade verbuggt, die neuen Maps. Ja, okay, dann gehen wir nochmal kurz zum Menü zurück. Da müssen wir leider den Anfang nochmal machen. Na gut, wir wissen ja jetzt in ungefähr, was wir machen müssen. Genau. Die haben jetzt... Genau, hab ich gelesen, dass jetzt alle Rätsel auch Namen haben. So, ich schnapp mal wieder das Geld. Alles andere... Mega. Ich geh mal weg, bevor die Verbindung wieder abnimmt. Du hast schon recht. Ich nehm den Rum wieder. Joho. Achso, den Schlüssel kann ich ja schon mal reinpacken. Aber wir brauchen ja noch den goldenen. Genau. Den güldenen Schlüssel. Braucht jemand einen Gürtel? Ja. Bandana? Ja. Also einen Gürtel würde ich nehmen, aber einen Bandana brauche ich nicht. Äh, Gürtel. Kann man damit irgendwas... Ja. Ich habe durch dich durchgeworfen. Ozil ist ein Geist. Wie kriege ich den jetzt aus dem Spiel raus? Aber ich glaube, das sieht mir eh zu eng aus. 3D-Drucker. Wo hast du denn diese Platten immer gefunden, Ozil? Welche Platten meinst du? Diese Metallplättchen? Die hingen hier immer an den Seilen im Wasser oder in der Nähe halt. Dann müssen wir die nochmal absuchen hier. Ja, da bin ich schon zigmal abgegangen. Also drei Stück habe ich immer gefunden. Das vierte fehlt. Ja, wir brauchen ja noch eins. Das ist das Einzige, was uns, glaube ich, jetzt noch fehlt. Hm. Das ist aber seltsam. Können wir hier? Achso, du meinst, wo hingen die immer am Seil oder was? Am Seil, ja. Okay. Ist da dann eins, aber vielleicht irgendwo auf, ja, vielleicht auf den Steinen oder so, wenn ich es am Seil nicht gefunden habe. Oder man kann frei buddeln. Ich habe sie, Metallkachel hier unten. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch noch eine Gummiente. Ah ja, da hatte ich die Gummiente auch. Was? Und hier war eine Metallkachel? Ach nee. Ja, die lag hier an dem Seil. Ach nee, war ich blind. Neben der Gummiente. Dann ist hier hinten die Kiste, wo die reingehört. Ja, wohl, dann geht die auch auf. Ja, ist gut. Arr. Ja. Da ist der Schlüssel. Dann haben wir es ja. Ja, war das schon alles? Ja, würde ich sagen, oder? Was soll noch kommen? Weiß ich nicht. Mehr Geld. Nein, ich will es Geld haben. Die verfluchten Münzen. Warte, ich muss gucken, wie viel Zeit wir noch hatten. Ich wollte gerade sagen, seit du die... 35 Minuten. Ja. Ja, dann war es aber auch nicht viel, seit Jollum gerade die Aufnahme wieder gestartet hat. Also seit der Stelle, wo wir eben waren. Das waren jetzt zwei Minuten oder so. Dann hätten wir das eben auch in der Zeit noch geschafft. Yay. Ja, wie sie ihren Butts shaked. Genau, der Rum heißt Dreiköpfiger Affe-Rum. Das ist natürlich eine Anspielung auf Monkey Island, was ich nie gespielt habe. Ich glaube aber, so einen Dreiköpfigen Affen-Rum gibt es wirklich. Also so zu kaufen. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Achso, wolltet ihr noch Bliben und Tokens suchen? Wahrscheinlich nicht. Nein, nein.